Erfüllt vom Heiligen Geist verließ Jesus die Jordangegend. Darauf führte ihn der Geist 40 Tage lang in der Wüste umher und dabei wurde Jesus vom Teufel in Versuchung geführt. Die ganze Zeit über aß er nichts, als aber die 40 Tage vorüber waren, hatte er Hunger. Da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so befiehl diesem Stein zu Brot zu werden. Jesus antwortete ihm, in der Schrift heißt es, der Mensch lebt nicht nur von Brot. Da führte ihn der Teufel auf einen Berg hinauf und zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Erde. Und er sagte zu ihm, all die Macht und Herrlichkeit dieser Reiche will ich dir geben, denn sie sind mir überlassen und ich gebe sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Jesus antwortete ihm, in der Schrift steht, vor dem Herrn, deinem Gott, sollst du dich niederwerfen und ihm alleine dienen. Darauf führte ihn der Teufel nach Jerusalem, stellte ihn oben auf den Tempel und sagte zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürzt dich von hier herab. Denn es heißt in der Schrift, seinen Engeln befiehlt er, dich zu behüten. Und sie werden dich auf ihren Händen tragen, damit dein Fuß nicht an einen Stein stößt. Da antwortete ihm Jesus, die Schrift sagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht auf die Probe stellen. Nach diesen Versuchungen ließ der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Untertitelung des ZDF, 2020